Die schockierende Wahrheit über Schoko-Osterhasen. Schoko-Osterhasen sind innen drin hohl, weil der Produzent so Geld spart. Richtig? Falsch. Wir brauchen an der Stelle Keglewitsch, Erdbeer und Sahne. Rabattkot ist in der Caption. Damit befüllen wir jetzt den Schoko-Osterhasen, okay? Das ist nämlich der wahre Grund, warum die Dinger hohl sind. Und gönnt euch. Cheers!